Ich bin Erzieher geworden, weil ich unheimlich gern mit Menschen zusammenarbeiten wollte und Kinder einfach die Menschen sind, die ohne Vorurteile offen gegenüber allem sind und es einfach Freude bereitet, mit ihnen gemeinsam seine Umwelt zu erschließen. Es gibt so diesen klassischen Vergleich, wo man den Beruf des Kindergärtners mit dem des Gärtners vergleicht. Genauso ist es letztendlich auch im Kindergarten. So wie Erde Wasser braucht und Sonnenlicht um zu wachsen, so brauchen die Kinder Zeit, Spielzeug, Aufmerksamkeit, Liebe, um letztlich erblühen zu können. Wir wollen heute gemeinsam herausfinden, warum unser Fröbelkindergarten Fröbelkindergarten heißt. Dazu besuchen wir das Fröbelmuseum und machen uns auf eine abenteuerliche Reise mit dem Zug nach Bad Plankenburg. Es ist jetzt schon über 200 Jahre her, dass Fröbel den allerersten Kindergarten gegründet hat. Das hat er gemacht, weil er entdeckt hat, wie wichtig die ersten Jahre des Menschen sind und hat versucht, mit seinen Ideen eine pädagogisch wertvolle Umgebung für die Kinder zu gestalten. Der Fröbel, der hat die Kinder gerne gehabt und der hat gesagt, die brauchen Zeit, um spielen zu können. Er hat selber gesagt, Spiel ist nicht Spielerei. Er wollte damit eben in den Vordergrund rücken, wie viele Kompetenzen sie sich dabei aneignen können. Der Kindergarten ist der Exportschlager Thürings. Ich denke, wir können bis heute dankbar sein, dass es einen Visionär gab wie den Fröbel, dem das kindliche Wohl am Herzen lag. Und ich glaube, dass auch das der Grund ist, warum das Konzept sich auf der gesamten Welt durchgesetzt hat. Danke, Fröbel! Hur? Hur? It's the Queen ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020